In der vierten Klasse sagte mein Lehrer, es gibt genauso viele Geradezahlen wie Zahlen überhaupt. Wirklich, dachte ich? Ja, es gibt unendlich viele von beiden, also sind es wohl gleich viele. Aber die Geraden sind nur ein Teil der ganzen Zahlen. Die Ungeraden sind ja auch noch da, also muss es mehr Ganze als Geradezahlen geben, richtig? Wir sollten zunächst mal überlegen, was es bedeutet, zwei gleich große Mengen zu haben. Was meine ich mit, ich habe an der rechten Hand genauso viele Finger wie an der linken? Natürlich habe ich an jeder Hand fünf Finger, aber eigentlich ist es viel einfacher. Ich muss sie gar nicht zählen, sondern nur abgleichen. Menschen in der Antike, deren Sprachen keine Wörter für Zahlen größer als drei hatten, haben das vermutlich auch so gemacht. Wenn du deine Schafe zum Grasen schickst, kannst du ermitteln, wie viele es sind, wenn du für jedes einen Stein ablegst und bei der Rückkehr für jedes wieder einen Stein wegnimmst. So weißt du, ob eins fehlt. Noch ein Beispiel dafür, dass Abgleichen fundamentaler ist als zählen. Wenn ich vor einem vollen Saal spreche, in dem alle Plätze besetzt sind und keiner steht, weiß ich, dass es genauso viele Zuhörer wie Stühle gibt, auch wenn ich die Anzahl nicht kenne. Sind zwei Mengen gleich groß, lassen sich die Elemente in diesen Mengen auf irgendeine Art 1 zu 1 zuordnen. Hier sind die ganzen Zahlen in einer Reihe, darunter deren doppelte Werte. Wie du siehst, enthält die untere Reihe alle geraden Zahlen und wir können sie zuordnen. Es gibt genauso viele gerade wie ganze Zahlen. Was allerdings dabei stört, ist, dass die geraden Zahlen nur ein Teil der ganzen Zahlen sind. Aber überzeugt dich das hier davon, dass ich an meiner rechten Hand nicht so viele Finger habe wie an meiner linken? Natürlich nicht. Wenn eine Art der Zuordnung nicht funktioniert, überzeugt uns das von gar nichts. Findet man eine Art, wie zwei Mengen übereinstimmen, dann kann man sagen, dass beide Mengen gleich viele Elemente haben. Kannst du eine Liste aller Brüche erstellen? Dürfte schwer werden, da es sehr viele Brüche gibt. Auch wäre gar nicht klar, mit welchem man anfängt und woher man weiß, dass sie vollständig ist. Es gibt dafür jedoch eine äußerst clevere Lösung. Diese wurde von Georg Kantor Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt. Zuerst ordnen wir alle Brüche in einem Raster. 17 durch 243 zum Beispiel findet man nun in der 117. Zeile und der 243. Spalte. Dann machen wir daraus eine Liste, indem wir oben links anfangen und diagonal fortfahren. Wir überspringen Brüche wie 2 durch 2, deren Wert bereits vorgekommen ist. So erhalten wir eine Liste aller Brüche, was bedeutet, dass wir eine 1 zu 1 Übereinstimmung zwischen ganzen Zahlen und Brüchen hergestellt haben, obwohl wir dachten, es gäbe mehr Brüche. Jetzt wird es richtig interessant. Du weißt vielleicht, dass sich nicht alle reellen Zahlen, die Zahlen einer Zahlenreihe, als Bruch darstellen lassen. Etwa die Wurzel aus 2 und Pi. Solche Zahlen nennt man irrational. Nicht, weil sie verrückt sind, sondern weil Brüche Verhältnisse von ganzen Zahlen sind und somit als rationale Zahlen gelten. Alle anderen sind daher irrational. Irrationale Zahlen haben unendliche, sich nicht wiederholende Dezimalzahlreihen. Können wir also eine Übereinstimmung zwischen ganzen Zahlen und Dezimalzahlen sowohl rationaler als auch irrationaler bilden? Das heißt, kann man eine Liste aller Dezimalzahlen erstellen? Kanto hat gesagt, nein, nicht nur, dass wir nicht wissen, wie, sondern dass es unmöglich ist. Wenn du behauptest, eine Liste aller Dezimalzahlen erstellt zu haben, widerspreche ich, indem ich eine Dezimalzahl nenne, die nicht auf der Liste steht. Ich baue sie Stelle für Stelle auf. Für die erste Dezimalstelle sehe ich mir die erste Dezimalstelle deiner ersten Zahl an. Ist es eine 1, nehme ich eine 2, ansonsten eine 1. Für die zweite Stelle betrachte ich die zweite Stelle deiner zweiten Zahl. Auch hier gilt, hast du eine 1, nehme ich eine 2, ansonsten eine 1. Siehst du, wie das läuft? Meine fertige Dezimalzahl kann nicht auf deiner Liste stehen. Warum? Könnte es vielleicht deine 143. Zahl sein? Nein, denn die 143. Stelle meiner Zahl ist anders als bei dir. Das habe ich bewusst so gemacht. Deine Liste ist unvollständig. Meine Zahl steht nicht drauf. Egal, welche Liste du mir gibst, ich kann eine Dezimalzahl bilden, die nicht darauf steht. Es ist verblüffend. Von Dezimalzahlen lässt sich keine Liste erstellen. Sie stellen eine größere Unendlichkeit dar als die Unendlichkeit der ganzen Zahlen. Auch wenn wir nur wenige irrationale Zahlen kennen, wie die Quadratwurzel aus 2 und Pi, ist die Unendlichkeit irrationaler Zahlen dennoch größer als die der Brüche. Jemand sagte einmal, die rationalen Zahlen, die Brüche, seien wie die Sterne am Nachthimmel, die irrationalen wie die Dunkelheit. Kantor zeigte auch, bei jeder unendlichen Menge stellt die Bildung einer neuen Menge aus allen Untermengen der ursprünglichen eine größere Unendlichkeit dar als die ursprüngliche Menge. Hat man also eine unendliche Menge, kann man aus allen Untermengen dieser Menge immer eine größere bilden. Dann eine noch größere, indem man die Menge Aldera-Untermengen bildet. Und so weiter. Es gibt also eine unendliche Anzahl von Unendlichkeiten verschiedener Größen. Wenn dir diese Ideen unheimlich sind, bist du nicht allein. Einige Mathematiker zu Kantors Zeit waren darüber sehr empört. Sie wollten die verschiedenen Unendlichkeiten irrelevant machen, damit die Mathematik auch ohne sie funktioniert. Kantor wurde so verunglimpft, dass er schwere Depressionen bekam und die letzte Hälfte seines Lebens in der Psychiatrie verbrachte. Letztendlich setzten sich seine Ideen jedoch durch. Heute gelten sie als grundlegend und grandios. Alle forschenden Mathematiker akzeptieren sie. Und ich habe sie dir in wenigen Minuten erklärt. Eines Tages gehören sie vielleicht sogar zum Allgemeinwissen. Noch etwas. Wir wissen, dass die Dezimalzahlen, also die reellen Zahlen, eine größere unendliche Menge bilden als die ganzen. Kantor fragte sich, ob es zwischen beiden Unendlichkeiten verschieden große Unendlichkeiten gibt. Er glaubte es nicht, ohne es jedoch beweisen zu können. Die Vermutung wurde als Kontinuumshypothese bekannt. 1900 bezeichnete der große Mathematiker David Hilbert die Kontinuumshypothese als das wichtigste, ungelöste Problem der Mathematik. Im 20. Jahrhundert wurde das Problem gelöst, allerdings auf völlig unerwartete Weise. In den 1920ern zeigte Kurt Gödel, dass sich die Kontinuumshypothese nicht widerlegen lässt. In den 1960ern zeigte Paul J. Cohen, dass man die Kontinuumshypothese nicht beweisen kann. Das bedeutet, dass es in der Mathematik unbeantwortbare Fragen gibt. Eine sehr verblüffende Schlussfolgerung. Die Mathematik gilt zu Recht als Königsdisziplin menschlichen Denkens. Aber wir wissen heute, dass auch sie ihre Grenzen hat. Dennoch stellt sie uns noch so manch erstaunliches Rätsel. Du hast dich also mit der Unendlichkeit auseinandergesetzt. Aber wie ist es mit der Zeit? Gibt es sie wirklich? Finde es in diesem Video heraus und abonniere unseren Kanal, um die Grenzen des menschlichen Verstandes zu erforschen.